Hallo und herzlich Willkommen in der Unique Way Akademie. Mein Name ist Karin Schegotta und ich bin die Brandmanagerin für die Marke ID.Hair. ID.Hair ist ein anerkanntes und zukunftsorientiertes Unternehmen, welches seit 1986 existiert und mittlerweile in über 30 Ländern vertrieben wird. Heute in unserem Schulungsvideo möchten wir Ihnen Botani Pflanznahfarbe vorstellen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine bewusste Lebensweise. Musste man seinen Couscous vor einigen Jahren noch im Reformhaus kaufen, führt der Weg im nächsten Supermarkt an der Ecke heute vorbei an Smoothies, dem Veggie-Regal bis hin zu immer größer werdenden Bioabteilungen. Kunden entscheiden sich bewusst für Ökostrom, schadstoffarme Autos und googeln die Inhaltsstoffe ihrer Beauty Produkte. Gesund Leben ist Trend. Im Allgemeinen wird es der Gesellschaft immer wichtiger, dass ihre Produkte nachhaltig, sicher und gesund sind. Was aber bedeutet die steigende Nachfrage an Naturprodukten für ihren Friseursalon? Es wäre doch schön, auf diese Markttendenz reagieren zu können, ohne gleich in die Tiefen der Naturhaarkosmetik eindringen zu müssen. Klar, deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle die Botani Pflanzenhaarfarbe vorstellen. Ein unkompliziertes System, das sich sehr einfach im klassischen Salonalltag integrieren lässt. Mein Name ist Annika Schepanski, ich bin Unique-Wave-Fachtrainerin. Das unkomplizierte System bietet Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Pflanzenhaarfarben folgende Vorteile. Geringe Einwirkzeiten. Die Botani Pflanzenhaarfarbe hat eine Einwirkzeit von ungefähr 30 bis 60 Minuten. Einfache Anwendung. Das Pflanzenpulver wird mit kochendem Wasser angemischt, ganz ohne Aktivator. Geringer Anteil von Indigo. Nur zwei von zehn Nuancen enthalten einen Indigo-Anteil. Damit werden unerwünscht blaue oder grüne Ausfärbeergebnisse verhindert. Botani bietet dem modernen Friseur also eine Alternative zu klassischen Haarfarben. Er kann somit steigenden Kundenanfragen nach pflanzlichen, veganen und gesunden Inhaltsstoffen nachkommen, ohne gleich zum Naturfriseur zu werden. Doch was ist eigentlich Botani? Die Botani Haarfarbe ist ein 100 Prozent reines pflanzliches Pulver auf der Basis von Henna. Die Grundbestandteile sind Henna aus Indien oder auch aus Ägypten. Außerdem besteht die Pflanzenfarbe auch noch aus Walnussschalen, Kamillenblüten, Rhabarberwurzeln und vielen anderen Kräutern und Nüssen. Jede Nuance ist eine individuelle Kombination dieser verschiedenen Inhaltsstoffe. Grün Salon ist eine gemeinnützige Organisation in Dänemark, die darauf abzielt, Produkte zu überprüfen und schädliche Inhaltsstoffe in Produkten zu eliminieren, damit Friseure und Endverbraucher noch sicherer und unbedenklicher damit arbeiten können. Grün Salon zertifizierte Produkte unterliegen noch strengeren Regeln als die allgemeinen Richtlinien der EU. Vegan OK ist die erste Zertifizierung für ethisch-vegane Produkte, die in Italien entwickelt wurde, deren Mitarbeiter komplett vegan leben. Tiefgreifendes Wissen über die vegan-ethische Ernährung kennzeichnet deren Arbeit. Außerdem ist es der bekannteste Standard, wo tausende von Unternehmen, Produkten und Dienstleister zertifiziert sind. Botani ist vegan. Da die Pflanzenhaarfarbe zu 100% aus organischen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Blättern der Hennerpflanze oder Kamillenblüten besteht, verzichten wir komplett auf tierische Inhaltsstoffe. Pflanzenhaarfarbe ist nachhaltig und gesund. Botani ist sicher. Die Inhaltsstoffe wurden mikrobiologisch auf Stabilität und dermatologisch getestet. Somit ist die Anwendung für Kunden und Friseur ungefährlich, da komplett auf Chemie verzichtet wird. Botani ist gesund. Gesund für uns als Friseur und auch Endverbraucher, da wir ein sehr geringes Allergierisiko haben. Aber auch vor allem für unsere Haare. Die innere Haarstruktur wird durch Pflanzenfarbe nicht verändert, da sie sich außen an der Schuppenschicht anlegt. Somit wird die Schuppenschicht gestärkt und das Haar erhält einen sehr schönen Glanz. Botani ist außergewöhnlich, da die Kundin schon 50% des Endergebnisses mit sich bringt. Somit werden natürliche Nuancierungen und Melierungen im Haar erhalten und die Haarfarbe unterstützt den Look einer jeden Trägerin. Der Ansatznachwuchs bleibt auch unauffällig. Hier sehen Sie unsere Nuancenvielfalt. Wir haben insgesamt zehn verschiedene Nuancen, die Sie alle untereinander mischen können. Und wie diese Ergebnisse aussehen können, sehen Sie hier an unseren Beispielen. Auf diesem Bild sehen Sie, dass der dunkle Untergrund dunkel bleibt und heller Untergrund intensiver angefärbt wird. Somit können Sie Pflanzenfarben auch wunderbar für Farbverläufe verwenden. Hier haben wir an einem Medium gearbeitet. Wie Sie sehen, baut Pflanzenhaarfarbe die Haarstruktur extrem auf und spendet einen wunderbaren Glanz. Beispiel 3. Wie Sie sehen, sind auch moderne Pastellnuanzierungen wie Rosé und Aprikotöne möglich. Wenn auch Sie Ihren Kunden eine pflanzliche Alternative zu herkömmlichen oxidativen Haarfarben bieten möchten und mehr über die Anwendungsmöglichkeit von Botani wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach an unser zweites Video.